So, hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex und heute schauen wir uns Blockmonster Mörderdicke Eis an. Viel Spaß mit dem Musikvideo. Oh, da wird gleich einer festgehalten. Und was auf die Staatsmacht auch nicht, dass die Krips einlaufen. Das kennt man irgendwoher. Freitag kurz nach drei, ich geh raus, nochmal kurz Kippen kaufen. Stand. Mir ist kalt, wenn ich durchs Fücken laufe. Ich hab wieder Hunger, nicht geschlafen, etwas drückt. Die Schlampe fickt mein Kopf und schreib seit Tagen nicht zurück. Ich bleib cool und was zu essen rauchen. Ein, zwei ist flatt, bisschen Hassblicke. Ich steig ein und fahre Richtung Stadtmitte. Manchmal ist der Mikrokosmos klein. Und die Seele holt sich Risse, Glanz und Dreck. Ich bin irgendwo dazwischen. Im leckeren Magen und Blut. Kennex machen Auge. Schieten dicken Kotten. Bullen suchen Ärger. Bitches tun auf Models. Ein, zwei Jungs im Wagen. Feinde nah, sie warten nicht. Scheiben dunkel parken. Homies tragen Stahl mit sich. Für Fehler keine Nerven. Lass uns sehen, wenn's heute trifft. Jemand wird heut sterben. Wenn ich geh, dann kommst du mit. Alles Alte wird verbrannt. Licht im Himmel, wenn sie fallen. Mit Metall in meiner Hand. Ist plötzlich stille, wenn es knallt. Mörder Eis. Bullen an der Tür. Fragen wert. Was gehört? Was ist passiert? Mörder dicke Eis. Das Blut am... Also ich persönlich find allein den Beat relativ so. Mich chillt der. Also ich würd das Lied zum Chillen anhören. Die zwei geben ne richtig geile Kombo ab. Also das Original ist wie gesagt immer unten verlegt, wenn ich irgendwas mache. Sorry für den Sprachfänger. Mörder dicke Eis. Mama weint, weil ihr Sohn kommt nicht nach Hause. Mörder dicke Eis. Und es macht... Bo, bo, bo. Du hast... Bo, bo, bo. Mörder dicke Eis, wenn der Schneemann kommt. Blockmonster der Schneemann. Jetzt wirst du jetzt. Da gibt's ja auch so einen Horrorfilm. Jetzt wirst du mir, wer der Schneemann ist. Einfach in die Villa rein, wie James Bond. Ich kwepe durch den Flur. Geister-Modus-Chill. Mörder-death-kill, was ich in deiner Wohnung will. Die Wummel-Schall gedämpft und am Trenchcoat die Mac-Tent. Für den Fall, dass du Penner heute Nacht einfach wegrennst. Ich komm maskiert, du siehst nur den leeren Blick. Doch weißt, was passiert, wenn der Abzug-Finger klickt. Ich seh die Tränen und erstick sie mit den Kissen. Press es immer fester in die Presse. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Aber Block hält sich hier fest in der Musikindustrie. Und er bleibt. Er hat da seine Nische gefunden. Und da ist er auch nicht mehr wegzudenken. Wegzukriegen. Weil was wäre diese Nische davon? Deutschrap ohne Blockmonster. Jetzt mal ernsthaft. Der ganze Pussy-Rap. Also no hate an andere Leute oder sowas. Im Gegensatz zu ihm. Respekt. Ja, Warnungen verstehen nicht immer alle Leute. Ist halt so. Das Blut auf meinen Schuhen und auf meinen Shirts ist nicht von mir. Da hat jemand ganz leuchte Gewaltprobleme. Aggressionen natürlich. So Freunde, das war Blockmonster Featuring. Tja, also das war es mit dem Video. Mir persönlich hat es gefallen. Die Kombos genial. Also keine Ahnung. Ich würde sowas zum Chillen hören. Beziehungsweise höre es auch teilweise. Wenn es den Leuten nicht zu hart ist, mit denen ich abhänge. Das Link, das Link vor allem. Der Link zum Original findet ihr natürlich wie gewohnt in der Videobeschreibung. Das war es mit dem Video. Euer Alex. Bleibt gesund und haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.